. 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 Wir werden jetzt schon machen. Gegner jetzt! Alter! Letzter lebender Spieler! Wofe, wofe, left and right. Was ist jetzt gewesen? Das dezent kacke ist halt ja. Noch 30 Sekunden. Ein Gegner übrig. Sponiale. War das geil? War das geil? Das war geil. Ah, das kann sie tun. Schnell in die Sicht. Gegner in die Sicht. Gegner in die Sicht. Gegner in die Sicht. Schnell. Wind off. Gegner gesichtet. Gegner gesichtet. No shit, der hat mir nen Headshot gegeben. Fuck. 64. 24. Wo? Window. Ein Gegner übrig. 3 getötet. Ich habe den Spike. Keine Ladung. 4,7. 4. Er war als letztes Window. 4 geholt. 4 geholt. Deg... Die Schatten bewegt sich. Einer am Boden. Hier. Ein Gegner. Das. Das hast du nicht. Du bist noch nicht fertig. Gemessert, you bitch. Gegner. Du warst ein Fehler. Jetzt geht die Party ab. Ach, dieses Gefühl. Klappe zu, Affe tot. Oh, sie sind hier. Ich habe gerade drei geholt bei so einem. Ja, ich habe auch alle schon angeschossen. Ist gut. Wo war der letzte? Ja. 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 Bei dir weder Steps. Ja. Ja. Erwärts Ja Lars, wir beiden, ne? So muss man es tun! Ja, easy Alter, als ob ich den nur einmal getroffen habe, das ist Bullshit Spike fallen gelassen Klappe zu, Affe tot! Oh ne Ein Legner übrig Nice Ich lul Alter Operator, es geht mal Junge Genau hier Haps nach drauf Was ist das denn? Was ist das denn? Für sich Lass den Himmel leuchten Mali Ein Gegner übrig Machel los Anhalter gewinnen 13-3 Nein, nein Nein, nein Die Schatten bewegen sich Hier Voller, voller Hallo, wo nochmal? Geblendet Geblendet Ja Geblendet 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 Ja, das könnte sein. Ähm, mach mal Geist aus. Äh, aber dann schwäbe ich auch nicht mehr. Ja, jetzt. Was? Jetzt Geist aus. Okay. Alter, deine Leiche! Ah, ich bin geparkt! Ich kann nichts mehr machen. Boah, Alter! Okay, da fliegen jetzt ganz viele Leichen von dir. Oh the fuck, wir haben's geparkt! Mein Game ist nämlich, also ich kann nichts mehr machen. Ja, warte mal, wir warten einen Moment. Also ich kann nicht mal Escape drücken oder so. Nee, nee, grad einfach gar nichts machen. Einfach mal arbeiten lassen den Server. Alter, ein FPS runtergebracht. Ich seh nur deine Leiche erst mal so drei Kilometer da hinten wegfliegen über den Maprand, weißt du. Okay, jetzt hab ich Black Screen. Gerade kam nur auf der rechten Seite die Schadensanzeige. Drei Millionen Mal. Okay, jetzt läuft's. Habe ich vier FPS? Okay, ich hab Black Screen gerade. Alter, das kommt ins Video. Oh, das war...